Hallo, du bist auf der TV. Handy im Interview, kein Problem. Diby Cipierre hat sich schnell an die Medien gewöhnt. Trotz Erfolg ist er cool geblieben, locker und sympathisch. Gelassen wie ein buddhistischer Mönch nimmt er sein Leben hin. Meine ersten zehn Jahre waren purer Sonnenschein. Und ich lebte in Sicherheit. Dann kamen zehn Jahre in Mexiko City. Da habe ich mich korrumpieren lassen. Und in der dritten Dekade habe ich mein kriminelles Wissen angewendet. Auch außerhalb Mexikos. Aber das hat nicht funktioniert. Autoschmuggel aus den Staaten nach Mexiko, Betrügerei in Knast. Ein schmutziges Leben, sagt Diby Cipierre. Erst mit Ende 30 die Wende. Als Schriftsteller und mit Künstlername. Dirty but clean, schmutzig, aber sauber, dafür steht Diby C. Und für Literatur so laut und bunt wie seine Jugend in Mexiko. Nach dem Erfolgsroman Jesus von Texas, jetzt Bunny und Blair. Eine skurrile Geschichte um siamesische Zwillinge und kaukasische Schönheiten. Schwungvoll erzählt, bösartig und lyrisch zugleich. Du kannst den Leuten in der U-Bahn nicht mit Lyrik kommen. Sie würden die Plätze wechseln. Aber in einem Buch kannst du das schon. Irgendwo im Stillen und Dunklen liest das jemand. Und zu dem hast du dann Kontakt. Das ist Magie. Gemeinsam mit dem deutschen Schauspieler Jan-Josef Liefers eine Woche auf Lesereise. Zwei, die sich auf Anhieb verstehen. Zwei, die Spaß haben. An Literatur und am Leben. Die Mächste der Anpassung sagen, wenn wir auf Tabak, Alkohol und Drogen versichten, leben wir länger. Ich sage, wenn wir auf all diese versichten, wird sich das Leben nur beschissen länger anfühlen. Lesungen mit D.B.C. Pierre sind oft unterhaltsamer als Kino. Ein extrovertierter Autor und einer mit Kontakt zu seinen Lesern.